Hallihallo, liebe Leute! Willkommen zurück zu einer neuen Folge of Survive! Und es geht direkt los! Holy moly! Was habe ich für eine Waffe? Die schießt sehr schnell und noch nachträglich haben wir ihn zerstört. Alter, wir sind an einem Strandhütchen. Nice! Oh! Hi! Wuh! Okay. Alter! Bro! Easy! Und da oben ist noch wer. Den holen wir uns. Und... Oh! Er holt uns. Ich muss ja sagen, ich mag die Uzi tatsächlich nicht so gerne. Die schießt mir ein bisschen zu schnell. Oh. Da. Wo wir von der Uzi reden. Egal. Wir gehen mal hoch rechts. Da war auch hier... Oh, da gehen wir hier in den Bunker. Wir gehen mal in den Bunker. Da könnte ich vielleicht ein bisschen mehr mit der abgehen. Man weiß es nie. Da oben könnte wer durchkommen. Hat aber keiner getan. Aber ich glaube, hier ist wer drin. Ich glaube, ich habe hier Sounds gehört. Da müsste eigentlich wer sein! Sag ich doch! Hallo? Alter! Uuh! Easy peasy. Alles gelootet hier locker. Alter, wurde der weg gesnackt. Oh! Da wollte ich mich gerade heilen, Bro! Hau nicht ab! Alter, der hatte mich gesnackt. Okay, wir machen das anders. Wir machen das anders. Oh! Easy! Wenn ich sag, wir machen das... Okay, Bro. Warte ab. Warte ab. Das ist nicht clever, was du hier machen willst. Er bleibt einfach stehen! Er bleibt einfach stehen! Das ist der Master... Ich wusste nicht, dass der Fluss das kann, ehrlich gesagt. Finde ich gerade irgendwie cool. Auch wenn es mich kurz verstört hat. Okay, hier unten rechts sind Schüsse. Ich weiß nicht, ob die auf mich gehen. Ich glaube nicht. Und... Fuck. Ja, okay. Da sollte ich nachladen. Er geht hier jetzt ins Haus, oder? Hi! Oh! Wow! What the fuck? Ist das ein Hack, oder hat er einfach nur so ein geiles Ding? Der hat eine... Das ist doch ein Hack. Der hat eine Weste an, oder nicht? Also, ich hätte ihn fast gehabt, aber das muss doch ein... Man kriegt doch so ein... Das ist kein Hack. Das ist richtig cool. Ist das der Tarnanzug aus dem Game, oder was? Wie cool ist das denn? Also, das finde ich richtig geil. Richtig cool. Ich dachte schon... Ich dachte tatsächlich, was das für ein dummer Hack ist, weil man die Waffe sieht. Aber das ist mal richtig cool. Nice. Aber so eine Schande... Oh, hallo. Tschüss. Ähm... Eine kleine Schande. Ich hatte so eine schöne Runde. So eine schöne Runde alleine. Und dann einfach OBS nicht gegangen. Das tut immer so weh. Ich weiß nicht, ob das einige von euch kennen. Ob ihr vielleicht selber schon ein bisschen so... Ai... What the fuck? Wie schießen die Farmers? Holy moly. Die mag ich mal gar nicht. Also, da müsste ich mich erstmal dran gewöhnen. Vielleicht auf Distanz, aber auch... Holy moly. Wir nehmen die Muni mal mit. Das ist dieser komische... Ne. Alter, ist der Schussscheiße. Gefällt mir gar nicht. Da ist wer. Da ist wer. Das hören wir doch. Hi. Oh mein Gott. Seit wann hab ich ne Pistel? Nein. Lata. Seit wann hab ich schon wieder ne Pistel? Warum? Was? Endlich. Hä? Was hab ich gemacht? Was hab ich gedrückt? Ich wollte die Pistel mit der UMP oder was soll ich wechseln? Oh Gott. Ich weiß gar nicht, was gerade passiert ist. Ich weiß nicht, wann ich die Pistel aufgehoben hab. Ich weiß nicht, was ich gerade gemacht hab. Ich dachte, ich hätte die Pistel wieder für die UMP ausgetauscht und hätte dann gewechselt. Aber wie... Hahaha. What the fuck? Mann, das ist aber gerade noch voll ärgerlich. Ich glaub, die Runde wär echt gut geworden. Wir haben mit der Pistel... Trotzdem sind wir so abgegangen. Also das muss man schon dazu sagen. Irgendwo ist hier wer. Oh Gott. Pass auf! Oh, das war so knapp. Oh Gott. Ich hör mich kurz mal erstmal. Bevor ich das hier alles aufhebe. Alter. Alter. Aber da kam... Ach, das sind bestimmt meine Schüsse, die zurückgefeiert worden sind. Das ist, glaub ich, einer der größten Fehler, die ich mache, dass ich das nie mitkrieg. Ich glaub, die DP will ich nicht. Weil ich... Ich find die UMP, ehrlich gesagt, ganz nett. Ich... Oh, da ist auch was, was ich ansprechen wollte. Ich weiß ja, dass viele von euch das Spiel irgendwie sehr gerne spielen. Und das ist auch okay, wenn ihr das Spiel sehr gerne spielt und da dementsprechend gut seid. Und das ist auch für euch der Anspruch ist. Aber das ist für viele... Und mit viele meine ich für... Wow! Oh Gott. Alter. Huuuuh. Wir gehen trotzdem erstmal rein und verstecken uns hier in den Busch. Für viele, aka, für mich ist das nicht der Anspruch. Das ist für mich einfach reintrollen, rein Spaß haben und einfach nur rumballern. Also wenn wir, oder ich, irgendwie mich mit den Waffen nicht so gut auskenne oder mal Fehler mache und Munition liegen lasse oder so, nehmen wir das nicht so ernst, okay? Es gibt für uns Schlimmeres. Nur weil wir uns danach darüber beschweren, heißt das nicht, dass uns das, oder mich, sonderlich trifft oder so. Es ist einfach nur zum Spaß haben. Browser Games werde ich wahrscheinlich so schnell nicht tryharden. Ähm, aber ja. Also nur damit, falls das manche gedacht haben. Weil manchmal gibt's... So, Kommentare! Brrrrraa! Brrrrraa! Wieso? Wieso? Oh, hier oben ist wer... Der hat ne Waffe. Oh, der hat ne Schotti. Vielleicht trifft er sich selber. Ich find ohne Spaß, im Nahkampf ist das in dem Spiel echt stark. Er hatte sogar ne AK. Also Nahkampf ist echt gut gemacht in dem Spiel. Normalerweise hat man ne... Sorry. Normalerweise hat man im Nahkampf echt nie ne Chance. Aber hier ist es echt gut, dadurch, dass es alles so fix ist. Also, find ich cool. Das echt muss ich loben. Ist natürlich vom Game Design her auch einfach so. Also, ob das Absicht ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber es ist halt echt einfach cool. Aber hier jetzt nur zum Beispiel... Boom! Ich bin natürlich viel zu gut, um im Nahkampf zu sterben. Das wissen wir aber. What the fuck is this? Was? Warum piepst das? Ich geh einfach raus. Das war meine Tür. Oh mein Gott, ich geh einfach raus. Oh, hier haben wir wen mit einer Axt. Zweimal getroffen. Der uns viel besser trifft. Oh Gott. Wir müssen uns kurz mit dem Koffer... Wow! Alter, die war so gut. Und da müssen wir aufpassen. Der war sick, der Typ. Ah, fuck. Ich werde sterben. Ja, das war klar. Ich wusste auch, dass er da drin ist. Deswegen bin ich da hingegangen. Aber der Typ hier unten lässt sich lieber snacken. Ärgerlich. Da haben wir wen. Wir schießen einfach mal rein. Da war auf jeden Fall wer. Ich bin doch nicht blind. Sag ich doch! Alter! Easy piece. Aber es ist die Frage, ob wer im Haus ist. Ja, ist er. Da war auch gerade was im Busch. Hi. Ja gut. Das war jetzt nicht so clever. Hi. Komm. Alter, das war wieder eine Geburt. Das war überhaupt nicht gut gespielt von mir. Aber der Wappenwechsel war genial. Und jetzt der Nächste. Bleibe stehen. Oh Gott. Ah. Ich muss auch ein bisschen auf Distanz. Fuck. Wenn ich ein bisschen auf Distanz gehe, dann kann er mit der Double Barrel nicht so gut treffen. Ah Mann. Wenn ich... Ich treffe zu schlecht. Komm, einschicken den da jetzt. Hi Bro. Lass mal hier reingehen. Ja. Das Ding ist, es wäre... Ach. Alles kein Problem. Wenn ich die ersten Hits besser treffen würde, dann hätte ich auch kein Problem, gesentrished zu werden. Das wäre drin, oder? Hi. Und. Easy. Easy. Wir BM jetzt voll rein. Aber ich will eine geile Schottie. Ich muss ein bisschen 360. Oder eine geile Sniper. Ansonsten braucht man sich nicht wundern, dass man so unerfolgreich in dem Spiel ist. Mann, Mann, Mann. Nee, aber echt. Wenn ich die ersten Hits besser connecten würde, dann hätte ich nicht das Problem, da ich gesandwiched werde. Ja. Was? Ich glaube ich ein Crack. Ja, kriege ich. Schön weggesnackt. Dann mache ich mit den Gegnern einfach das, was sie mit mir machen. Ich muss aber natürlich noch den da oben holen. Der ist in einem Haus. Wie man hört. Nee. Okay. Hört man nicht. Und. Achtung, da ist wer. Oh, der hat eine Shuttle. Wow, ich wüsste nicht. Holy moly. Ich bin immer wieder überrascht. Oh Gott. Oh, hi. Und tschüss. Alter. Ja, da habe ich gerade echt nicht überlegt gehabt, dass der genauso um die Ecke schießen kann, wie ich das die ganze Zeit machen will. Das war nicht sehr clever von mir. Oh, komm her, Baby. Komm schon jetzt. Hau dann. Ab. Oh, der hatte eine Farbe. Das ist kein Wunder, dass er verloren hat. Hätte ich aber auch wieder besser spielen können. Ich muss mich anstrengen, damit das hier ein Chicken Dinner wird. Oh, hi. Die beste würde ich nehmen, Bro. Oh, fuck. Warum bleibt man einfach stehen? Was ist das für ein Playstyle? Die nehme ich kurz. Danke. What the fuck? Okay, hier kommt noch wer. Wir werfen einfach mal Granaten. Komm her. Wichser. Oh. Schieß doch. Oh Gott. Ja, wir müssen hier auf die hier wechseln. Okay, wir heilen uns mal kurz. Auch wenn es Koffer ist. Aber ich glaube, es ist sicherer. Oh. Das. Wow. Ich finde das so krass, was man alles in dem Spiel zerstören kann. Hi. Da müsste doch von hinten auch der Typ kommen, oder nicht? Alles mal hier mitnehmen. Wir gehen mal hier runden aneinander. Och Gott, ist das spannend. Ah. Schön. Schön, schön, schön. Sehr gut. Auf Distanz gespielt, weil er eine Schottie hatte. Hat er ein krasses Zoom oder schießt er nur daneben? Der hat einen fetten Zoom. Oh. Danke. So. Alter. Schön. Aber wir haben überhaupt keinen hier. Keiner von denen. Ah doch, da. Da ist wer. Oh Gott. Der hat eine Waffe, die ich haben will, glaube ich. Ah, man weiß es noch nicht. Komm. Alles auf Distanz. Hinter dir ist einer. Den hole ich mir. Ja, ich habe ihn bekommen. Schön. Und ihn auch. Junge, das kommt davon, wenn man mir KS-en will. Wichser. Wichser, Wichser. Ist der neue Song von Scooter. Oh, da ist wer. Oh, fuck. Kein einziges Mal getroffen. Das war nicht so. Das ist nicht gut. Ah. Die Dodgers. Oh, da ist ein Stein. Das habe ich nicht gesehen. Oh. Oh, warte. Geh. Wir laden erst mal nach. Und vielleicht sollten wir uns vollheilen. Komm. Äh, hier. Wir heilen uns jetzt erst mal. Oder auch nicht. Mann, das ist so dumm und schlecht von mir. Das war, das war die schlechte Aktion heute von mir. Das war. Schlecht. Und ich habe die Aktion mit der Pistol gehabt. Mann, so ehrlich. Der war so bad. Der hat, der war, ich weiß nicht. Das war so schlecht von mir. Ich fühle mich gerade so bad. Das war so ein easy win. Also, der Fight gegen ihn, nicht das Game. Ich weiß ja nicht, was er noch für Pros spielt. Aber vielen lieben Dank fürs Zugucken. Das nächste Mal läuft es wieder besser wie in der Einaufnahme, von der ich immer wieder erzählen könnte, die ihr nie zu Gesicht bekommen werdet. Was ihr mir also nicht glauben müsst. Aber die war Hammer. Oh, jetzt kommt. Das gucken wir uns noch an. Das gucken wir uns noch an. Das ist der VM-Master. Gegen den hätte ich gerne gespielt. Ah, das aber. Komm schon. Töte ihn. Jetzt aber. Okay, das macht keinen Spaß. Vielen lieben Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.